Hier sehen wir die Sorte Around. Around ist in den letzten zwei Jahren als die neue Alternative für uns im Qualitätsbereich mit im Portfolio. Die Eigenschaften vom Around sind ganz klar gesetzt. Wir haben hier eine frühe Körner CCM-Sorte, die dann im Bereich Qualitätssilage mit einzusetzen ist. Wir haben einen mittelwüchsigen Typ, der nicht auf Restpflanze betont ist, der einfach mit seinen Eigenschaften sehr gute Jugendentwicklung, sehr guter Druscheignung und entsprechender hoher Körnerleistung für den frühen Dreinutzungsbereich einzusetzen ist.